das wenn ich hier gebrochen ich war richtig natürlich bin ich richtig der hat ist immer richtig das ist Natur das ist das ich mich 1000 Mann in Namesia verlaufen und nur ok wenn ich es da lang zeigt dann gehe ich erstmal den anderen Weg sieht böse aus dieser Raum 2200 Credits Knoten geniale ich hasse das geklemmt seht ihr mal was bei rauskommt ach du scheiße sind auch nicht hier reingekommen halbleiter voll ich muss irgendwas abschweißen was schmeiße ich denn da ab am besten kann ich noch auf die da verzichten entfernen so so das sieht aus wie ein Schwerelosigkeitsraum wenn ich mich noch recht entziehen ich weiß warum habe ich dann angst warum habe ich da angst dass ein Viech kommt ja dreimal auf die Rad was ist das mittel mittlerer Luftkanister soll ich eigentlich aufnehmen aber noch nicht tausend mal ein univital lernen 18 Schüsse ist halt schon ein Wort ach wie ist das was ich habe jetzt nie ein Straßenmodul gebraucht jetzt halt stopp ich habe noch nie ein Straßenmodul gebraucht dann kann ich ja eins davon entfernen das heißt wenn man das mitmacht entfernen so da ist das Vakuum alle schwerelosigkeit Eintritt Schwerelosigkeit also Sch doub offer Ktrets wo muss ich jetzt bitte schuldigen hoch ok ok das ist subscriptions ich war da hoch Darüber. Du sollst sterben, Junge. Ich brauche keine Starse, ey. Die Eventar ist voll. Was ist denn das denn? Naja, okay. Nicht besonders auf die Bedeutung. Das ist super. Das Generatormodul. Das Besseres könnte ja gar nicht passieren. Das Generatormodul. Was habe ich denn da? Was habe ich denn da? Warte ich nicht. Okay. Ähm. Also mein Stylisch haben die das ja super gemacht, gell? Das bringt mir nichts. Das ist ja mein Ding. Das Generatormodul. Jetzt erstmal laufen. Rennen, rennen, rennen. So gut wie es halt geht. Das Generatormodul anbringen. So. So schnell die unter. Das Generatormodul anbringen. Super. Genial, leider. Wäre ich ja nie im Leben drauf gekommen. Aber. Da muss doch irgendwo ein Schädel, ein Hebel sein. Komm schon. Ah, da hinten ist ja was. So. Jetzt der Bau hat mal drangelaufen. Regenlaufen. So. Jetzt sofort wir ran, soweit wie es halt geht. Oh, ich hasse mein Ding. Sauerstoffstation. Ich mach keinen, äh. Ich mach keinen Sauerstoff. Wo kann ich sie es anbringen? Wo kann ich sie es anbringen? Ich bedauere es, dass man in der Spreche nicht springen kann. Ernst. Ah, la, la. Da bin ich reingekommen. Und die Schädel ist da nicht hoch. So, jetzt mach ich jetzt mal da runter. Häpp. Das umständlich. So. Ohlali. Ach, guck mal, was da ist. Lass mal Energie. Oh, dann geht ja da ran. Was nicht gestattet ist. Was nicht gestattet ist. Was nicht gestattet ist. Genial. Super. Ähm, Leute, ich häng fest. Stoßes Schütz. Ich muss mich vorstellen, dass man das schieben muss. Ich versuch's mal. Jetzt erstmal da runter. Runter, 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 runter. So, ich schieb mal. Isaac Clarke, Meister der Schüsse. Da war ich überall schon. Ich bin auf der dunklen Seite der Macht. Zweimal den Lastenaufzug, aber keinen Schalthebel. Wie bringe ich die Dinger an? Oh, Entschuldigung. Scheiße, bin ich eklig. Kuss in einen Blick leider. So, da sind wir wieder. Scheiße, jetzt habe ich vergessen, darauf zu drücken. Okay, gut, muss ich aber drauscheiden. Kann ich das mal herholen? Ah, scheiße, da wäre die... Da wäre... Okay, ich reich weiter mit etwas angebracht. Oh, gehen wir halt drüber. Kann ich nicht hin? 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 Ich gehe da hin. Dann machen wir das auch professionell. Ah ja, also stellt sich gleich mal in die falsche Richtung. Ach gut. Einfach mal da unten durch. Kann ich hin? Den nicht hin. Wenn es nicht hin ist. Der ist gar nicht schön. Ok, das ist gar nichts damit zu tun. Leute, ich häng fest. Leute, ich häng fest. Ich weiß nicht, wohin. Äh. So, gratis ist er. Aua. Natürlich. Natürlich ist es... Oh Gott, ey. Leute, die Lösung kommt immer zum Schluss. Ich möchte, ich wäre etwas schlauer. Halt. So sind sie sich da zu sein. Ah, das war richtig. Okay. Und teba. Tschüss, tschüss, tschüss. Tschüss, alter. So, noch jemand streit. Ne, das ist ja gut. So. Oh, ich brauch keine Stars-Module. Ach du scheiße, das sieht so geil aus. Breakdancing. Und slow-wurst hier. Okay, tschüss. Oh no, jetzt... Ah, jetzt muss ich da hoch. Wie ist dazu voll erwartet? Jetzt geht's. Ich bin gespannt. Zentrifuge aktiviert. Gravitationsausgleich für die planetare Fracht wieder aufgebaut. Gravitation wieder hergestellt. Eintritt ins Vakuum. Wie? Vakuum? Sehr gut, Isaac. Die Zentrifuge und der Gyroantrieb sind beide stabil bei 100%. Ja, schön, dass die bei 100% sind, ey.